Professor Jäger, die Republikaner haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Was bedeutet das für die Handlungsfähigkeit von Donald Trump? Erstmal ist es schwer, Gesetze durchzubekommen, denn Gesetz wird nur, was im Repräsentantenhaus im Senat wortgleich verabschiedet wurde. Zweitens wird es für ihn schwieriger, die Haushaltsmittel für seine Politik zu bekommen, denn das wird im Repräsentantenhaus beschlossen. Und drittens ist es eben so, Andrew Dennison hat es schon angesprochen, er wird unter Druck kommen dann, wenn Ausschussvorsitzende die Ausschüsse als Untersuchungsausschüsse instrumentieren. Wenn sie also gegen den Präsidenten vorgehen, jetzt muss man abwarten, wie sich die demokratische Führung zusammenstellt, ob das wirklich die alte Garde noch sein wird oder ob möglicherweise auch in dieser veränderten Fraktion der Zusammensetzung der Demokraten im Repräsentantenhaus. Die ein oder andere Idee kommt, wie man sich für die Zukunft anders aufstellen kann, wer die Ausschüsse führt und wie die Regierung dann auf diejenigen zugeht. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Donald Trump muss jetzt mit den Demokraten zusammenarbeiten. Trauen Sie Donald Trump zu, dass er seinen Stil ändert, dass er kooperativ mit Demokraten arbeitet, auf sie zugeht? Das ist die große Frage. Denn so sehr die Demokraten ihr Macht als Opposition feiern, weil sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen haben, so sehr die Republikaner ihre geringen Verluste feiern, weiter die republikanische Agenda aber tragen wollen, dann sagen beide Vertreter, also Vertreter beider Parteien, wir wollen jetzt die Graben überwinden, wir wollen zusammenarbeiten. Das ist so ein Reflex nach den Wahlen. Beide Seiten sagen das. Denn Sinn dahinter ist auch den Eindruck zu gewinnen, dass der andere die Opposition macht, dass der andere alles verhindert und immer Blockade macht. Also es kommt jetzt auch sozusagen, wer bekommt den schwarzen Peter für Blockade? Denn Amerikaner haben nicht gern Blockade-Politik, selbst wenn es gegen Trump ist. Lippenbekenntnis zur Zusammenarbeit, wir werden mal sehen. Professor Jäger, große Gegenspielerin von Donald Trump, kennt Nancy Pelosi, werden, wenn sie denn das bleibt, was sie bisher ist, die Führerin der Demokraten in ihrem Repräsentantenhaus, sie wäre dann Speaker of the House. Ist sie denn kompromissfähig? Sagen wir so, wenn sie das wirklich wird und wir wissen, sie will es werden, dann gehen im Weißen Haus erstmal nochmal ein paar Sektkorken hoch. Denn das ist genau der Gegner, den sich Donald Trump wünscht. Immer wenn man hört, dass Donald Trump Zustimmungswerte von 41 Prozent hat, muss man sich halt in Erinnerung rufen, bei Nancy Pelosi sind es 27 Prozent. Sie ist nun wirklich diejenige, die für die alten schlechten Tage der Demokraten steht, auch in der Wahrnehmung vieler Demokraten. Und das wird ein Machtkampf werden jetzt, wenn die Fraktion zusammenkommt, wer sich hier durchsetzen wird. Denn der Speaker ist eine ganz wichtige Funktion im politischen System der USA. Pelosi selbst ist sozusagen nicht als die Bannerträgerin von Kompromissen mit Donald Trump bekannt. Und das würde die Sachlage erstmal kräftig erschweren. Wenn die zwei Charaktere sozusagen zusammenkommen, da wäre frischer Wind sicher förderlicher. Andrew Dennison, kann die Welt jetzt aufatmen, weil ein unberechenbarer Präsident Donald Trump jetzt besser kontrolliert wird durch die Demokraten im Repräsentantenhaus? Auf jeden Fall im Vergleich mit dem Alternativ-Szenario, dass die Republikaner auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen hat. Denn jetzt sehen wir wieder die Checks und Bounces kommen zu tragen. Diese Verfassung ist auch geschrieben worden mit der Angst, es gäbe irgendwann mal ein verrückter König. Und dann muss man ihn kontrollieren können. Und wenn der Präsident zu weit geht, dann kommt der Kongress schon zum Tragen. Selbst der Kongress von Republikanern, dominiert in den letzten zwei Jahren, hat hin und wieder, zum Beispiel bei Russland, gegen den Präsidenten gestimmt. Und jetzt sehen wir, die Checks und Bounces bekommen eine neue Dimension. Und ich denke, deshalb soll die Welt ein bisschen aufatmen. Amerika bleibt noch regierungsfähig. Herzlichen Dank an Sie beide für diese erste Einschätzung des Wahlergebnisses aus den USA. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir berichten den ganzen Tag über das Wahlergebnis aus den USA und seine Folgen. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sehen uns beim nächsten Tag über das Wahlergebnisses aus den USA und 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 den USA.